Hallo Gerd, hallo Gerd. Handeln, handeln, handeln. Ich muss Petra erschießen, dann muss ich mich erschießen. Was, 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 was happens now? What happens now? You need a contact. You need a contact out of the airport. They don't give you chance to move. It is a colonial imperialistic thinking on both sides of the superpower and we are against that. You are more sympathetic to the Nicaraguan government. I did not say that. I did not say that. We live in a political world. Where love don't find any place. We live in the dark. Wie du hier wieder angefangen hast, dich irgendwie breit zu machen, wie du überhaupt nicht auf mich eingehst, kapituliere ich? Wer kapituliert hier denn? Ich habe zwar gesehen, wie ich dir in den Kopf geschossen habe, dass da das Gehirn rausgespritzt ist und dass das alles zersplittert ist. Das hob mich ein kleines Stückchen über die Bettoberfläche und ließ mich dann aber auch ein Weilchen schweben.